Servus, ich wollte nach längerer Zeit mal wieder eine Taschenlampe testen. Und zwar ist es eine Trustfire MC5, der EDC Taschenlampe mit 3300 Lumen. Vorneurteile seht ihr in dem Video, bleibt es dran. Schauen wir uns die Lampe doch mal genauer an. Was ist dabei? Die Taschenlampe selber, eine Kurzanleitung und natürlich ein Aufladekabel. Ohne Stecker, den muss man sich selber besorgen oder schließt es einfach an irgendeine Powerbank an. Das Ganze ist magnetisch und lässt sich so dann aufladen. Natürlich kann man die Taschenlampe auch einschalten. Dazu muss man hier kurz den Button drücken, den Einschaltknopf und schon fängt sie zum Leuchten an. Natürlich hat sie verschiedene Stufen von der Helligkeit. Ganz kurz zur Bedienung der Taschenlampe. Also wenn man drei Sekunden ungefähr drauf drückt, dann kommt das Stroboskop. Ansonsten kurz zum Einschalten drücken und dann mit weiterem Drücken die verschiedenen Helligkeitsstufen einstellen. So, da es sich ja um eine EDC-Taschenlampe handelt, wollen wir mal sehen, was die wiegt. Viel muss es nicht sein. 141 Gramm und witzig, dass die auch, wenn der Magnet hier in die Nähe kommt, die Waage manipuliert. Dann noch zu dem Maß, was hat die? Das sind 11,5 Zentimeter, hat die eine Länge und Durchmesser wären dann circa 2 Zentimeter, 2,3 Zentimeter sowas. Also damit kann man leben und die Haptik, die ist auch in Ordnung, ist eben matt und es fühlt sich auch eben wie Metall matt an. Da kann man jetzt nicht meckern. Kurz gezeigt, im Einschaltknopf ist eine kleine LED, die leuchtet jetzt grün und das heißt, sie ist voll aufgeladen. Da gibt es dann verschiedene Farben, bei Rot ist eben Ende im Gelände. So, kurz drauf gedrückt und die Taschenlampe leuchtet. Das ist die kleinste Stufe und so können wir jetzt die verschiedenen Helligkeits. Das ist die hellste Stufe mit 3300 Lumen. Ja, das Problem, was wir jetzt hier haben, ist, es ist schon runtergepegelt, weil die Lampe sehr heiß wird. Man kann da vorne gar nicht mehr so richtig hinfassen, das ist dann schon äußerst unangenehm. Mit Handschuhen auf jeden Fall und im Winter ein guter Handwärmer. Aber die wird schon richtig, richtig warm. Ja, und wie gesagt, also das Licht ist jetzt schon wieder runtergepegelt. Das schauen wir uns gleich nochmal genauer an und wir gehen natürlich auch mal raus im Dunkeln, wie das Ganze sich so schlägt. Ich schalte jetzt die Lampe mal ein, gehe auf die hellste Stufe und lege die mal kurz dahin. Und dann werden wir mal beobachten, wie sich das Licht langsam wieder dimmt. Ja, ihr habt es gesehen, also lange halten die 3300 Lumen nicht wirklich und dann fängt die schon an dunkler zu werden. Ist klar, wird es sehr heiß und spart natürlich auch den Akku in dem Fall. Aber ich glaube, da müssen die Jungs hier von Fastfire noch ein bisschen dran arbeiten. Gefällt mir nicht so gut. Ich glaube, da müssen die Jungs hier von Fastfire noch ein bisschen dran sein. Ja, nach der ganzen Euphorie, ich muss ehrlich sagen, ich bin etwas enttäuscht von der Taschenlampe und ich hoffe, die Jungs von Fastfire, die ändern da noch was. Wie ich schon erwähnt habe, die Bedienung ist nicht so meine Welt, die Hitzeentwicklung und dass es dunkler wird. Also gar nicht so meine Lampe. Fühle ich mich nicht wohl bei der. Und was mache ich mit der? Naja, nun also für ein Blackout oder wenn der Stromkasten mal ausfällt, dann werde ich sie hier im Haushalt behalten. Ansonsten im EDC werde ich sie nicht verwenden. Dafür ist mir das Gephuzel mit dem Einschalten und alles viel zu tricky. Ich hoffe, die Jungs von Fastfire, die nehmen sich das zu Herzen und ändern da noch was. Dann kann man auch darüber sprechen, dass man sich die ins EDC packt. Eine andere habe ich von der Firma noch nicht probiert. Ja, wäre natürlich interessant, dann direkt einen Vergleich zu haben, ob es da eben bessere gibt oder nicht. Ansonsten, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns hier beim nächsten Mal auf dem Kanal von mir. Macht es gut und danke fürs Reinschauen. Servus, ciao. Ja, wir sehen uns hier beim nächsten Mal.